Ja, es ist bei uns sehr wichtig, dass man mit dem technologischen Fortschritt Schritt haltet. Insofern ist es sehr wichtig, dass sich die Mitarbeiter nicht nur auf ihre Ausbildung konzentrieren, die sie genossen haben, sondern auch laufend den neuen Erfordernissen anpassen und entsprechende Ausbildungen machen. Und das wird von unserem Dienstgeber, dem Land Oberösterreich, auch fast in vorbildlicher Weise gefördert und unterstützt auf vielen Bereichen fachlich, also auch persönlichkeitsentwickelnde Maßnahmen. Und das schätzen wir alle sehr. Wir sehen ein Potenzial bei einem Mitarbeiter und glauben, dass das durch ein Unigis-Studium gefördert werden könnte. Zum Teil ist der Wunsch bei den Mitarbeitern selber entstanden und sie haben gesagt, sie wollen sich in diese Richtung weiterentwickeln. Zum Teil haben wir auch Mitarbeiter bekommen oder aufgenommen, die bereits ein Unigis-Studium absolviert haben. Mittlerweile sind in unserer Abteilung vier Kollegen, die eine Unigis-Ausbildung absolviert haben. Dort, wo es dann möglich war, diese bessere Ausbildung auch, wo sich das auch finanziell ausgewirkt hat, ist das natürlich eine große Motivation. Das können wir nicht über alle Bereiche hin garantieren. Aber das Aufgabengebiet ist sicher spannender und interessanter geworden. Und auch die Motivation, indem man halt wirklich spannende Analysen macht, eine abwechslungsreiche Tätigkeit hat, das ist schon eine große Motivation. Wir haben mehrere Gespräche geführt. Wir haben zum Beispiel auch über Themen zur Masterthesis Vorschläge aus der Praxisarbeit unterbreitet, die zum Teil dann auch aufgegriffen worden sind. Also das war so eine Win-Win-Situation, wo wir zwar Unterstützung geliefert haben in Form von Dienstzeit, von Arbeitsmitteln und so weiter, wo wir aber auch von den Ergebnissen durchaus profitieren konnten. Es ist für uns sehr wichtig, dass man ein breites Basiswissen hat und vor allem diese Verbindungen herstellt zwischen den Fachbereichen. Und da ist es ganz eine wichtige Eigenschaft, die man haben muss, diese Querverbindungen herzustellen und fachübergreifend auch zu denken und Lösungen zu finden. Und da ist eine reine Werkzeugkenntnis von einem Softwareprodukt einfach zu wenig. Da muss man auch ein fundiertes Hintergrundwissen haben. Da haben wir den Eindruck, dass das im Rahmen eines Unigis-Studiums wirklich auch vermittelt wird.